Dollar, Pfund, Yen. Als Europäer kennt man das Problem. Außer Euro hat man selten andere Währungen mit dabei. Weltweit laufen wir über 200 Häfen an und in vielen Ländern bedarf es entsprechender Fremdwährung. Wir empfehlen euch bereits im Vorfeld der Reise bei eurer Bank oder einer Wechselstube entsprechende Fremdwährung zu tauschen oder einfach eine Kreditkarte mitzunehmen, da diese in den meisten Ländern die gängigste Zahlungsmethode ist. Aber natürlich helfen wir euch an Bord gerne weiter. Ihr habt die Möglichkeit, in fast allen Ländern und Häfen Fremdwährungen in kleinen Mengen für euren Tagesbedarf an der Rezession einzutauschen. Den Wechselkurs erfahrt ihr tagesaktuell an Bord. Am liebsten tauschen wir bar gegen bar, nehmen aber Restbestände in Form von Scheinen auch gerne wieder zurück. Der Währungswechsel in bar ist ohne Gebühr möglich. Habt ihr weitere Fragen? Dann schreibt sie in die Kommentare und wir stehen euch mit der richtigen Antwort zur Seite. Ahoi! Du willst mit AIDA auf Reise? Dann like das Video, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und verpasse nie wieder ein neues Video von uns. Du kannst nicht genug kriegen? Dann schau dir doch dieses Video an.